Trauer um Königin Elisabeth II. Viele Menschen legten vor Windsor Castle Blumen nieder. Tausende Trauernde strömten zum Buckingham-Palast in London. Die britische Monarchin war gestern im Alter von 96 Jahren gestorben. Die Queen hatte erst vor kurzem ihr 70. Thronjubiläum gefeiert. Ihre Regentschaft war damit eine der längsten der Geschichte. Ihr Nachfolger ist ihr ältester Sohn, Prinz Charles. Weltweite Anteilnahme am Tod der Queen. Bundespräsident Steinmeier würdigte Elisabeth II. als eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt habe. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete sie als Stabilitätsanker nach dem Zweiten Weltkrieg und in Zeiten des Brexit. US-Präsident Biden trug sich in der britischen Botschaft in Washington in ein Kondolenzbuch ein. Die Queen habe die Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden, so Biden. Parteitag der CDU in Hannover. Zur Abstimmung steht die schrittweise Einführung einer befristeten Frauenquote. Der Vorschlag von Parteichef Merz ist umstritten. Außerdem wollen die Delegierten wegen der hohen Energiepreise einen Leitantrag zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen verabschieden. Text zur kirchlichen Sexualmoral bei Abstimmung gescheitert. Auf der vierten Synodalversammlung in Frankfurt waren in der allgemeinen Abstimmung zwar 82 Prozent dafür. Der Text verfehlte aber die nötige Zweidrittelmehrheit bei den Bischöfen. Heute soll es bei der Versammlung zum Reformprozess in der katholischen Kirche unter anderem um die Neubewertung von Homosexualität gehen. Krawalle beim Fußball-Europa-Conference-League-Spiel des 1. FC Köln beim OGC Nizza. Vor dem Spiel kam es im Stadion zu schweren Ausschreitungen. Nach Polizeiangaben wurden 32 Menschen verletzt. Das Spiel wurde mit einer fast einstündigen Verspätung angepfiffen und endete 1 zu 1. Die Ergebnisse aus der Europa League. Union Berlin gegen Saint-Gélois 0 zu 1 und Freiburg gegen Karabac 2 zu 1. Das Wetter. Heute mal Sonne, mal viele Wolken. Im Westen sowie an den Alpen am häufigsten Wolken. Gelegentlich Schauer, örtlich auch Gewitter. Vom Westen bis zur Mitte recht windig. Höchstwerte von 16 bis 24 Grad.